Trends Mode 2006. Zu diesem Thema haben wir heute einen ganz besonderen Studiogast eingeladen, ein Modezar, ein Haute-Kulturisten-Kallagerfeld. Wie sehen Sie den Trend, die Mode 2006? Ja, ich würde mal sagen, erstmal, dass Ihre Anmoderation eine absolute Oberkatastrophe ist und Sie überhaupt nicht in diesen Jahr reinpassen, das nächste Jahr, weil das nächste Jahr wird schnell, knapp und knackig. Alleine angefangen von Ihrer Frisur, das ist ja wie dieser Retro-Look, sag ich mal, das 80er oder 70er ist ja total out. Ich sehe da fünf Frisuren in einem, freu es mal. Dankeschön. Bitteschön.